So, rein mit dir, du Töner-Tier. Wo müssen wir hin? Naja, da sind noch einige Sachen. Was ist mit ihr eigentlich? Warum blinkt sie? Aha, und da drüben, ganz hinten, seht ihr das, da haben wir eine Leitung, dass man in den Lift reinkommt. Okay, und da haben wir auch einiges, was blinkt. Ja, und ich hätte einmal gesagt, nachdem wir eh verkleidet sind. Miststück. Hauen wir uns einfach einmal rein. Zu Dexter's Bandhaus gelangen. Ja, na gut. Ah, da vorne ist was. Netzhautscanner unterdrücken. Klingt nach einem Plan. Jetzt schauen wir uns einfach einmal um. Da ist wer, da ist wer. Okay, also so eine Verkleidung als Polizist wäre, glaube ich... Da ist was mit Filmrolle. Okay, da ist wieder so ein Filmprojekt da, vielleicht... Ja, was will denn er? Er steht da. Ha. Er ist natürlich jetzt so viele Leute und ich möchte wirklich absolut und überhaupt nicht schießen. Bitte, dies zu akzeptieren. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Okay, da... Da wäre was. Und er und so und überhaupt. Und ich glaube... Hi. Servus. So, jetzt hätten wir dann da die Filmrolle. Das ist ja cool. Okay, aber er hat eigentlich überhaupt nichts gesagt zu meiner Person. Vielleicht ist die Verkleidung der hier gar nicht einmal so übel. Sagt sie ja. Ich glaube halt persönlich. Hm. Ja, 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 ja. Mutterschlüssel gegen Messer klingt nach einem Plan. Uah, nein, sichtbar will ich nicht bewaffnet sein. Und das will ich, wenn... Die Klavierseite. Ohne Klavierseite nix los. Gut. Ja, schon wieder einmal ein WC. Naja, hervorragender hier. Na, naja. Ja, in dem Spiel gehen wir halt einmal relativ oft auf die Toilette. Ich glaube, da drin ist wieder so ein... Lüftungsgitter. Hm. Schauen wir einmal rein. Oder sind wir von da gekommen? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Naja, nö, gar nicht mal. Aha, da ist das mit dem Netzhautteil. Ähm, how about film in den Projektor? Film in den Projektor? Was denkst du? Glaubst du wieder draußen vom Projektor? Na, tun Sie das. Aber wir sind hier sicher... Und dann die Netzhautüberbrückung. Das klingt nach einem hervorragenden Plan, hätte ich gesagt. Ich weiß nur noch nicht, ob ich zu dem Projektor hingehen kann, ohne dass da jetzt irgendwie gröber was passiert, ne? Hallo. Okay. Sweet. Sweet, sweet, sweet. Oh, da folge ich noch immer mal lernen. Die meiste Zeit kaputt. Ich weiß nicht so, dass sie sich hier... Huh. Huh. Okay. Das sieht ziemlich einfach aus. Endlich mal was, was wir im Einsatz gebrauchen können. Gut. Gehen die jetzt alle und ich könnte unter Umständen da über diesen Lüftungsteil rein und... den Netzhaut-Scan da aus... Schaut nicht so aus, aber... Das ist irgendwie jetzt gerade so eine blöde Situation. Das war es dann wohl doch nicht. Aber das hat sicher zu was anderem dazugehört. Und ihr nachgehen und sie ruhig stellen, wie wäre das? Auch keine blöde Idee, wahrscheinlich. Weil irgendwas hat sie. Drennen wir uns einmal weg. Schauen wir mal, wo sie hingeht. Tja, spannende Geschichte. Irgendwas ist doch mit dir. Naja, die werden wir schon noch irgendwo treffen. Naja, schauen wir uns nochmal weiter um. Da geht doch sicher noch was. Ja, ja, dir auch. Schönen Tag. Und so weiter. Bla, bla, bla. Hm. Wie komme ich zu dem Netzhaut-Dingsbums? Oh, aha. Da ist die Leinwand. Ich verstehe. Dann können wir da wieder rausgehen. Na, knallt der mir die Tür vor der Nase zu. Was bist denn du für einer? So. Maybe, baby. Hm. Jetzt ist der wieder da. Ja, jetzt raucht er eine an. Na, freilich. Eigentlich wollte ich den da gerade meucheln. Aber ist wohl nicht möglich. Was ist mit dir? Hm. Das wäre aber gut gewesen gerade. Verdammt, lauft er weg. Ta, 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 ta. Nicht gut. Und du kannst jetzt da hinten fertig rauchen, dich verpissen und ich kann den wohl hoffentlich dann jetzt ruhig stellen. Hei, 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 die Witzka. Gut, der hat zwei Zigarette weggeworfen. Der steht da doof. Und dann werden wir den, ja. So werden wir das machen. Guter Plan, oder? Verkleiden. Da, weg mit dir. Muss ja nicht unbedingt jeder sehen, oder? Ah, verdammt, ja, das reibt meine Nerven wieder auf. Hm. So, weg mit der Klavierseite. Oder eigentlich nicht weg mit der Klavierseite. Und tschüss. Und los. Und los. Ja, wirst du gehen. So. Hui. Und nun? Gut, der geht da jetzt schon einmal nicht mehr spazieren. Haha. Jede Menge Waffen zur Auswahl. Ja, das glaube ich auch. Hm. Jetzt halten wir dann eh bald alle durch, oder? Was, 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 was? Die will ich da, die Große. Hallo. Oh, Mann. Ja, nehmen wir halt die da unten. Ist ja egal. So. Ich habe den Kopierraden. Magst nicht einmal gehen. Der geht da rüber. Und der ist da. Und ich schmeiß mich da jetzt einfach drüber. So. So. Völlig als wäre nichts gewesen. Wesen. So. Haben wir die? Und das ist ja hervorragend. Na, aber die, 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 die erkennen mich da jetzt. Ah, warum schaltet sich das Ding dauernd ab, wenn wir haben sie dauernd. Hallo. 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 Irgendwo rein. Ja, tun wir auch nicht. Sagen Sie gefälligst stehen. Hey, wer sind Sie? Okay. Komm, schau. Was ist hier los? Oh, scheiße. Ich krieg dich. Nein. Geh mal da rein. Boah, verdammt. Ta, 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 ta. Was? Zentrale. Ich habe einen Mord beobachtet. Weiß ich doch nicht. Hast du den Väter nicht gesehen? Ich brauche Unterstützung. Out. Verdammt. Jetzt geht es aber da ordentlich los hier. Nein, nicht tot. Ist der Krankenwagen unterwegs? Hm. Super. Danke, Schätzchen. Ich bräuchte jetzt unbedingt eigentlich eine andere Verkleidung, wenn ich so drüber nachdenke. Nicht gut. Waffen entsichern und bereit halten. Nicht gut. Okay, jetzt sind sie schon nur mehr vorsichtig. Das ist jetzt gerade nicht wirklich lustig. Oh, weia, 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 weia. Oh, weia, weia, weia. Ich würde jetzt gerne bitte eine ganz andere Verkleidung, zum Beispiel die da. Hei. Hei. Aus mit Hei. So, verkleiden wir uns. So, und loswerden. Und jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt besser geht. Auf jeden Fall, der Netzhautscan, den haben wir ja, so wie ich das sehe, aktiviert, oder deaktiviert, besser gesagt. Und dann müsste man schauen, ob wir da reinkommen. Könnte funktionieren. Tue das schon gut aus. Tut sich da was? Da tut sich was. Ja. Scheiße geil, oder? Cool. Weiter geht's. Ja, genau so macht man das. Und jetzt bin ich gespannt, was da jetzt passiert. Oh oh. Oh oh. Mr. Dexter, er hat die Kamera am Lift deaktiviert. Kommt zu uns. Oh oh. Jawoll. Es heißt zwar Reichtum kann eine Bürde sein, aber ich bin bereit, sie auf mich zu nehmen. Ach Gott sei Dank, sie lebt. Heilige Scheiße. Ja, ordentlich für Knädel, oder? Bist du irre? Nein, die gehört mir. Ihr kauft den Lippen. Verdammt, ist das viel Geld. Ja. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, jetzt wird es ziemlich derb. Wieso wurde der Kerl noch nicht umgelegt, verdammt nochmal. Ja, weil er da ein GM 47 ist, den legt man nicht so einfach um. Ei, 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 ei. Weil ihr verdammte Schlappschwänze seid. Ich kann doch nicht immer alles selber machen. Schön sprechen. Ich stehe dir so auf den Sack. Alles gut, Baby. Nein, das ist es nicht. Der Oberwichser will unbedingt meinen Arsch. Herrgott, doch mal. Leila hat etwas, das wirkt bei jedem Mann. Oh oh. Ja, davon bin ich überzeugt. Du machst das schon. Oh la la. Komm, Engelchen, geh mit mir. Spannend, spannend. Ich vertraue dir. Alles klar. Oh la la, sehr sexy. Ja, in der Pagenuniform da hier jetzt mal ein bisschen für Unruhe sorgen. Ja, ich glaube, du bist bald tot, tot, tot. Weil, ich meine, die Verkleidung, die wäre doch optimal, oder? Und ich glaube, er wird es uns nicht freiwillig geben. Ich glaube, die werden wir uns holen. Und bei dem schwabelt auch schon wieder der Bauch, herrlich, in dem Spiel, echt. Hey Mann, Sie haben ja eine Knarre! No, sowas! Achso, nein, okay, die Verkleidung, die brauchen wir dann doch nicht mehr. Aber das war ein scheiß geiler Move, hey. Nimm das Sushi und bring es zu Mistau. Nimm das Sushi. Naja, na, na. Naja, na mu